Dieser Podcast wird unterstützt von Allianz. Herzlich willkommen bei Edition Zukunft der Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Lisa Breit. Männer, die die Welt verbrennen, heißt sein Buch und es macht ganz schön aufmerksam mit diesem Titel. Der Autor Christian Stöcker hat sich in diesem Buch denjenigen gewidmet, die in seinen Augen die Hauptverantwortung an der Klimakrise tragen, nämlich den Chefs der großen Öl- und Gaskonzerne, aber natürlich auch den mächtigen in der Politik. In der heutigen Podcast-Folge erklärt der Psychologe und Journalist, was gegen die Bedrohung hilft, aber auch, warum es vor allem Männer sind, die diese große Lust am Verbrennen haben von fossilen Brennstoffen. Denn in seinem Buch vertritt er eine These, die vielleicht nicht allen gefällt und vielleicht manchen sauer aufstößt. Und zwar sagt er, diese Lust daran, Lärm zu machen und den Planeten zu zerstören, die ist fast ausschließlich bei Männern zu finden. Guten Tag, Herr Stöcker. Ich freue mich, dass Sie heute da sind. Ja, ich bedanke mich für die Einladung, hallo vorbei. In Ihrem neuen Buch wären es ja ganz deutlich, wer die Hauptverantwortung an der Klimakrise trägt. Und zwar sind das einige wenige Mächtige auf der Welt. Wer sind denn diese Menschen? Also ich würde sagen, als allererstes sind es die Chefs der großen Ölkonzerne und die Staatschefs, sehr viele davon Diktatoren oder Autokraten von Staaten, die primär von Öl und Gas leben. Also solche Leute wie Wladimir Putin und Mohammed bin Salman und der Emir von Katar und das natürlich auch das iranische Regime, aber auch so Länder wie Aserbaidschan, Sudan und so weiter. Es gibt viele Länder, die die Leute nicht so als Petro-Staaten auf dem Zettel haben, die aber auch ganz maßgeblich oder fast ausschließlich von Öl und Gas abhängen. Und das sind fast ausschließlich Männer und sehr viele dieser Staaten sind selbstverständlich keine Demokratien, jedenfalls keine, die diesen Namen tatsächlich verdienen. Gleichzeitig gibt es noch eine andere Gruppe, nämlich Leute, die in der Finanzindustrie und auch im Bereich Medien viele Jahre mitgeholfen haben, dass weiter fossile Brennstoffe verbrannt werden, obwohl wir wussten, dass wir das dringend bleiben lassen sollten. Also ganz weit oben auf der Liste steht da Rupert Murdoch, dessen Fox News sicher die wichtigste Quelle von Klimadesinformationen in den USA ist. Aber auch in Australien, wo er herkommt, hat Rupert Murdoch also mit unglaublicher medialer Macht dafür gesorgt, dass sehr lange fast gar nichts gegen die Klimakrise getan wurde, in Großbritannien gleichermaßen. Und auch in Deutschland gibt es Medienhäuser, die keine allzu rühmliche Rolle spielen bei dem Thema. Da steht Springer ganz weit vorne und dazu muss man wiederum wissen, da spielt jetzt wieder das Thema Finanzen eine Rolle. Springer gehört eben zu ungefähr einem Drittel KKR, einer Private Equity Organisation, die gleichzeitig ein großer Investor in fossile Brennstoffe ist. Vielleicht können Sie da ein paar Beispiele für diese Desinformation bringen und wie sie auch den Mächtigen sozusagen in den Öl- und Gaskonzernen oder den Politikerinnen und Politikern und Staatschefs in die Hände spielt. Naja, also die klassische Desinformation, mit der wir es viele Jahrzehnte lang zu tun hatten, war ja, es gibt keine menschengemachte Klimakrise, das Klima verändert sich vielleicht, aber wir sind nicht daran schuld oder das Klima ändert sich gar nicht oder wie der Zusammenhang jetzt genau ist, das wissen wir noch gar nicht so genau. Und gleichzeitig wissen wir eben aus wirklich hochkarätig wissenschaftlich publizierten Studien, dass Exxon und andere Konzerne mit ihren internen Abteilungen spätestens ab den 80ern, zum Teil auch ab den 70ern und noch früher schon genau wussten, dass ihre Geschäftsmodelle die Erderhitzung herbeiführen werden und dann eben alles daran gesetzt haben, um in der Öffentlichkeit Zweifel an diesem Umstand zu säen. Also da wurde absichtliche Desinformation betrieben sozusagen mit der Grundthese, wir sind nicht an der Klimaveränderung schuld oder es gibt gar keine Klimaveränderung. Mittlerweile, Evidenz ist so überwältigend und die Sachlage ist so klar, dass sich das niemand mehr traut. Es gibt natürlich noch Klimawandelleugner noch und nöcher, aber die Ölkonzerne selbst leugnen mittlerweile die Klimakrise nicht mehr und bekennen sich offiziell auch alle irgendwie in irgendeiner Form zu Pariser Klimaabkommen und so. Aber ihr tatsächliches Handeln deutet eben in eine ganz andere Richtung. Und was wir jetzt sehen, ist eigentlich eher, ich würde sagen, Energiedesinformation als Klimadesinformation. Also es wird wahnsinnig viel Unsinn verbreitet darüber, was angeblich alles nicht funktioniert oder wo man noch nicht so ganz sicher ist und so. Ich sage mal ein paar Beispiele. Man hört immer wieder, Elektroautos sind auch nicht besser fürs Klima als Verbrenner. Das ist einfach falsch. Das ist nachweislich falsch. Aber es gibt wahnsinnig viele Leute, die das glauben. Und diese, man weiß ja gar nicht, was funktioniert, Behauptung wurde eben auch mit entsprechender Lobby und Medienmacht in den Markt gedrückt. Oder die ganze Diskussion über Wärmepumpen. Ja, dass Leute sagen, Wärmepumpen sind viel teurer und also Wärmepumpen sind im Moment teurer als Gasheizung, aber dafür kosten sie dann im Betrieb halt viel weniger. Wärmepumpen funktionieren nicht bei kalten Temperaturen, was absolut aberwitzig ist. Ja, in Norwegen heizen 60 Prozent der Haushalte mit Wärmepumpen. Da wird es ja bekanntlich relativ kalt im Winter. Oder erneuerbare Energien. Da gibt es eine unglaubliche Menge an Desinformationen. Also weil ein Windrad verbraucht in der Herstellung mehr Energie und erzeugt damit mehr CO2, als es jemals einspart. Das ist kompletter Blödsinn. Ja, also ein Windrad amortisiert sich energetisch innerhalb von ein paar Monaten. Für Photovoltaik geht das gleiche und so. Also es gibt ganz viel jetzt Desinformation, was das Klimasystem angeht, aber eben auch, was das Energiesystem angeht. Weil es im Endeffekt immer darum geht, vorher mit der alten Methodik und jetzt mit der neuen Methodik dafür zu sorgen, dass fossile Brennstoffe weiter verbrannt und verkauft werden. Weil das ist die Geldquelle dieser sehr mächtigen Branche. Und Sie haben jetzt auch eine sehr interessante Sache geschrieben in Ihrem Buch, nämlich Desinformationen müsse gar nicht so sehr überzeugen in dem Sinn, sondern es reicht quasi Zweifel zu streuen bei den Menschen, sodass sie einfach nicht mehr sicher sind, ob es die Energiewende braucht, ob der Weg dorthin der richtige ist. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen mehr beschreiben. In der Propaganda-Forschung ist das im Prinzip ein ganz alter Hut. Also sowjetische Propagandisten haben schon in den 20er Jahren Bücher geschrieben, in denen drinsteht, wichtig wäre dafür zu sorgen, dass die Leute irgendwie das Gefühl kriegen, dass man gar nichts mehr glauben kann. Ja, das ist ja was ganz Verbreitetes mittlerweile, dass die Leute sich völlig verunsichert fühlen und sagen, man kann ja, also der Satz, man kann ja gar nichts mehr glauben, den hört man erschreckend oft, was natürlich totaler Quatsch ist. Natürlich gibt es Dinge, die man glauben kann. Es gibt Leute, die einem anlügen und Leute, die einem die Wahrheit sagen. Aber diesen Eindruck zu vermitteln führt natürlich dazu, dass die Leute im Zweifelsfall auch sich dann der Handlung verweigern, weil sie ja nicht wissen, ob das überhaupt richtig ist und funktioniert, was da jetzt gerade geplant ist und sagen, naja, solange wir das nicht so genau wissen, machen wir das lieber nicht. Also solange ich gar nicht so genau weiß, ob Elektroautos wirklich besser fürs Klima sind, finde ich, sollten wir auch nicht aufhören, Verbrennungsmotoren zu bauen, ist ja eine aktuelle Also dieses Zweifelssähen ist ein von sehr, sehr langer Hand strategisch eingesetzter Mechanismus, den man, da gibt es ein ganz berühmtes Buch von Naomi Oreskes und einem Kollegen, das ist eine Wissenschaftshistorikerin aus den USA, das heißt im Original Merchants of Doubt, also die Händler des Zweifels. Ein sehr trockenes und sehr sperriges Buch, weil es halt ein wissenschaftshistorisches Fachbuch ist im Grunde. Und das zeichnet nach, dass eine ganz kleine Gruppe von wieder nur Männern, alles Physiker seit den 70er Jahren sozusagen wie so eine Art Söldnertruppe immer wieder angeheuert wurden von verschiedenen Branchen, um zu verschiedenen Fragestellungen Zweifel zu säen. Zuerst ging es um die Schädlichkeit von Tabakrauch, also die Tabakindustrie bezahlt, Leute, die behaupten, man weiß gar nicht so genau, ob Tabak wirklich Lungenkrebs auslöst. Und dann sollte Zweifel gesät werden über den Zusammenhang zwischen saurem Regen und Schwefel, der aus Auspuffrohren und Schloten kommt und an der Schädlichkeit des sauren Regens an sich, wurde auch Zweifel gesät. Dann wurde Zweifel gesät am Ozonloch, also an der Tatsache, dass Flur, Chlor, Kohl und Wasserstoffe dafür sorgen, dass die Ozonschicht an den Polen dünner wird und die Leute deswegen reihenweise Hautkrebs kriegen. Dann begann das Zweifelsäen an der Klimakrise und dann die gleichen Leute wurden dann in den 90ern nochmal wieder angeheuert von der Tabakindustrie, um Zweifel zu nähern an der Schädlichkeit des Passivrauchens, als es dann darum ging, in öffentlichen Gebäuden oder Restaurants oder so das Rauchen zu verbieten. Also dieses Zweifelsäen war ganz lange zentrale Strategie in Bezug auf alle möglichen Dinge und eben auch auf die Klimakrise. Und jetzt ist es immer noch zentrale Strategie, aber jetzt ist es Zweifelsäen in Bezug auf die Gegenmaßnahmen, von denen wir in Wirklichkeit wissen, dass sie funktionieren. Wie lässt sich dieser Desinformation dann entgegenwirken? Naja, also erstmal, ich bin Journalist und Hochschullehrer, meine Vorstellung davon, wie man Desinformation entgegenwirkt, ist natürlich erstmal den Leuten fachlich korrekte und faktisch korrekte Informationen zu liefern. Deswegen habe ich ein Buch geschrieben über dieses Thema, in dem erstens erklärt wird, warum es diese Desinformation gibt und zweitens, wie sie aussieht und wer sie in den Markt bringt. Das wird aber vermutlich nicht reichen, sondern ich denke, es ist schon auch ganz wichtig, dass die Leute, die tatsächlich wissen, wie es besser geht, auch noch besser und proaktiver darin werden, die Lösungen, die da sind, effektiver zu kommunizieren. Es gibt zum Beispiel unglaubliche Zweifel an der Gangbarkeit eines Energiesystems, das maßgeblich auf erneuerbaren Energien basiert und es ist völlig klar, dass das funktioniert und das kann man auch zeigen. Aber diese Information erreicht viele Leute, glaube ich, nicht. Also dieses qualitativ hochwertige Informationen in den Markt bringen ist ein ganz wichtiger Faktor. Und das dritte, dass es auch ein Ziel des Buches ist, also ich glaube, den meisten Leuten, und das geht bis hinauf in die Politik, ist auch immer noch nicht klar, wie groß das Ausmaß der Desinformation nicht nur war, sondern immer noch ist, mit dem sie konfrontiert werden. Und das wiederum wissen wir, also ich mache ja in Forschungsprojekten Desinformationsforschung, was wir aus der Literatur mittlerweile in dem Bereich wissen, ist, Debunking, also den Leuten hinterher erzählen, dass sie angelogen worden sind, funktioniert oft nicht so gut. Weil wenn die Leute erstmal Quatsch glauben, ist es sehr schwierig, sie wieder davon abzubringen, da gibt es so psychologische Faktoren, die eine Rolle dabei spielen. Aber Pre-Bunking, also den Leuten vorher zu sagen, es wird da jemand kommen und er wird dich anlügen und er wird ungefähr Folgendes erzählen und er wird dabei folgendermaßen vorgehen und sich folgender Art der Argumentation bedienen und so weiter, das hilft. Also man kann die Leute bis zu einem gewissen Grad gegen Desinformation immunisieren, aber das ist glaube ich im Moment wirklich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und da müsste sowohl Politik eine deutlich bessere Rolle spielen, als sie das im Moment oft leider tut, als auch Medien. Also ich finde auch, dass die Medienlandschaft in Deutschland wie in Österreich in den letzten 20 Jahren sich nicht ausschließlich mit Ruhm bedeckt hat, was die Berichterstattung über Thema Klima und Thema Energie angeht. Jetzt ist ja nicht ausschließlich Desinformation ein Problem, sondern auch, dass die Gesellschaft so einen gewissen Hang oder ein gewisses Problem damit hat, überholtes loszulassen und sich Neuen zuzuwenden. Als Psychologe, wie erklären Sie sich das? Naja, also grundsätzlich ist es so, dass die Vergangenheit zu verklären ist ein psychologisches Grundphänomen. Also Nostalgie ist eine psychologische Grundeigenschaft, die zum Teil wiederum teilweise ganz adaptiv ist. Ja, also man muss ja immer so den Frühzeitmenschen im Kopf haben, wenn man so ein bisschen über so psychologische Grundmechanismen nachdenkt. Also wenn ich eben, weil ein Mitglied meiner Sippe vom selbeziehenden Zahntiger zerfleischt wurde und ich das gesehen habe, dann den Rest meines Lebens so traumatisiert bin, dass ich überhaupt nicht mehr funktionsfähig bin, dann ist das evolutionär nicht besonders nützlich. Also die schrecklichen Dinge zu vergessen und sich lieber an positivere Dinge zu erinnern, ist ja auch ein Schutz gegen Depressionen und gegen Verzweiflung und trägt zu einem psychologisch gesünderen Gesamtkonstellation bei. Dazu kommen so Sachen wie, dass wir bestimmte Arten von Risiko, Gewinn, Verlust, Einschätzung, da haben wir so eingebaute Standardfehler, die wir immer machen. Und wenn ich sage, die Leute, meine ich wirklich, das ist eine allgemeinpsychologische Grundkonstante, dass wir die Tendenz haben, beispielsweise einen sicheren Verlust lieber zu vermeiden, wenn über den noch höheren Verlust, der vielleicht in der Zukunft ansteht, auch nur ein Hauch eines Zweifels herrscht. Das spielt wieder der Zweifel eine Rolle. Also wenn ich jetzt sage, es kann sein, dass in 20 oder 30 Jahren der Golfstrom abreißt und in ganz Europa dann die Temperaturen dramatisch fallen, sodass die Landwirtschaft zusammenbricht, dann ist das den Leuten schwerer zu vermitteln, dass das unbedingt eine Handlung erfordert, als die Vorstellung, dass sie jetzt womöglich irgendwie 10.000 Euro mehr für eine Heizung ausgeben sollen. Jetzt realisierte wahrgenommene Verlust wird irgendwie als schwerwiegender wahrgenommen, als ein nicht ganz sicher erscheinender Verlust in der Zukunft. Leider ist es bei der Klimakrise mittlerweile so, dass die Verluste in der Zukunft auch absolut sicher sind. Aber auch das ist also das Ausmaß der Schäden, die uns unmittelbar bevorstehen. Das sehen wir in Deutschland jetzt gerade wieder. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der wirklich viel dafür tut, dass zu wenig Klimapolitik gemacht wird, hat jetzt gerade wieder im Zusammenhang mit diesen schlimmen Hochwassern in Süddeutschland gesagt, damit konnte ja niemand rechnen. Das ist natürlich totaler Blödsinn. Also das ist genau das, was der Weltklimarat seit langer Zeit vorher sagt. Also so eine eingebaute Nostalgie, aber eben auch so verschiedene kognitive Verzerrungen, Mechanismen, die dafür sorgen, dass wir eben immer die Tendenz haben, lieber erst mal nichts zu tun, wenn sich es irgendwie vermeiden lässt. Wir gehen da eine unheilige Allianz ein und sorgen dafür, dass die Leute oft nicht bereit sind, was zu verändern. Eine Debatte, wo das Hängen am Alten ja auch sehr präsent ist, ist der Verbrennermotor. Und ab 2035 sollen ja in der EU nur noch Neuwagen genehmigt werden, die nicht mit fossilen Treibstoffen betankt werden. Aber jetzt ist es so, dass immer mehr Politikerinnen und Politiker und Parteien dieses sogenannte Verbrenner-Aus immer mehr in Frage stellen. Also in Deutschland ist das ja zum Beispiel CDU oder CSU und in Österreich der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer und auch andere aus seiner Partei der ÖVP. Wie beobachten Sie denn diese Diskussion? Also das ist für mich ein Beispiel für fatalen Populismus, den wir sehen im Zusammenhang mit notwendiger Klimaregulierung. Also die Erklärung ist, glaube ich, relativ einfach. Es gibt, und da sind wir jetzt wieder beim Thema davor, ja, da spielt Nostalgie und Festhalten am Alten und keine Veränderung wollen und Zweifel haben an den Alternativen eine Rolle. Es gibt wahrscheinlich tatsächlich immer noch gewisse Mehrheiten in der Bevölkerung, die sagen, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass es dann keine neuen Verbrennungsmotoren mehr gibt. Was wirklich absurd ist, ja, weil also im Moment, es ist halt so, Verbrennungsmotoren verkaufen sich weltweit seit 2017 bereits jedes Jahr schlechter. Also der Markt für Verbrenner schrumpft, der Markt für Elektroautos wächst exponentiell, also immer schneller, ja, die Kurve wird immer steiler. Auch jetzt noch, auch wenn da gerade wieder sehr intensiv über das, über die kleine Delle, die es da im Markt gerade gibt, weil irgendwo Förderung gekürzt wurde, gesprochen wird. Aber der Weltmarkt hat diese, die Entscheidung ist längst gefallen, dass Elektromobilität die Mobilität der Zukunft ist. Da gibt es überhaupt kein Vertun und das wissen auch die Automobilkonzerne oder die meisten Automobilkonzerne wissen das. Es gibt in Deutschland vor allem, es ist BMW, aber es gibt auch andere, die da etwas schwanken jetzt wieder, obwohl sie eigentlich schon mal ganz entschlossen waren. Firmen, die, ich glaube, auch gerne einfach ihre Fabriken gerne noch ein bisschen weiter betreiben wollen. Es ist genauso wie mit dem Öl und dem Gas. Also wenn man dieses alte Produkt, mit dem man sich so gut auskennt und das nur noch mal kann und das hat man und da hat man die Fachleute und die Maschinen und so weiter dafür und die Expertise. Es wäre doch schön, wenn man da noch so lange Geld rausquetschen könnte, wie es nur irgend geht. Jetzt ist es so, dass BMW, der die deutsche Autofirma, die da im Moment am stärksten offensichtlich hinter den Kulissen dran arbeitet, auch gleichzeitig ein absoluter Großspender von in Deutschland CDU, CSU und FDP ist, den drei Parteien, die dieses ständige Festhalten am Verbrenner thematisieren sozusagen jetzt zum Wahlkampfthema gemacht haben. Und also zum Wahlkampfthema gemacht wird es deshalb, weil sich die Leute das nicht vorstellen können, was natürlich, wie gesagt, Quatsch ist. Also da wird dann ja so argumentiert, Elektroautos haben zu geringe Reichweiten und sind zu teuer und so weiter und so weiter. Völlig ignorierend, dass sich der Markt in dem Bereich im Moment dramatisch verändert. In China werden mittlerweile die ersten Elektroautos vorgestellt, die eine Reichweite von 1000 Kilometern und mehr haben. Die Batterietechnologie wird immer besser, Elektroautos werden immer besser und die werden natürlich auch billiger. Wir werden auch in Europa bald Elektroautos haben, die 20.000 Euro oder weniger kosten. Und dann sind natürlich die Kosten, die so ein Auto verursacht, viel geringer, weil die sind wesentlich wartungsärmer. Die haben wesentlich weniger bewegliche Teile und da finden auch nicht tausende von Explosionen pro Sekunde drin statt. Das sind einfach weniger anfällige Systeme. Und natürlich ist im Zweifelsfall auch Strom im Idealfall, wenn er irgendwie vom Dach oder vom Windrad kommt, deutlich billiger als Benzin, dass man irgendwo aus der Erde pumpen und dann wohin fahren mit dem Tanker und dann raffinieren und dann zur Tankstelle fahren und dann in den Tank stecken und dann wieder aus dem Tank rauspumpen muss. Also es ist relativ offensichtlich, dass der Verbrennungsmotor ein sterbendes Produkt ist, aber es gibt eben sowohl Leute, Wählerinnen und Wähler, als auch zum Teil, aber eben nur zum Teil Firmen, die sich davon aus unterschiedlichen Gründen nicht lösen wollen. Und dann redet man halt diesen Firmen, die einem Geld geben und diesen Wählerinnen und Wählern, von denen man hofft, dass sie einem dann Macht verschaffen, nach dem Mund. Und das ist, glaube ich, ein Beispiel dafür, wie Politik im Zusammenhang mit dieser absolut existenziellen Krise, mit der wir es da zu tun haben, gerade wieder mal auf ganzer Linie versagt. Das finde ich wirklich ganz bestürzend, was sich da gerade abspielt. Also die Schwierigkeit, sich vom Verbrennungsmotor zu verabschieden, hat auch was mit fehlgeleiteter Nostalgie zu tun, wenn ich das richtig verstanden habe. Und insofern bedanke ich mich schon mal für diese Einschätzung, Herr Stöcker. Und nach einer kurzen Werbepause geht es dann darum, wieso die Lust am Verbrennen vor allem eine männliche ist und auch wie der Begriff dazu heißt, den gibt es nämlich auch bereits. Wir sind gleich zurück. Bereit für Ich schaff das. Ein gutes Gefühl in allen Lebenslagen. Also, dass der Titel Ihres Buches nicht gegendert ist, hat ja einen guten Grund. Es sind eben meistens Männer, die an fossilen Brennstoffen festhalten, sagen sie. Wieso ist das so? Ja, also einmal, wie gesagt, hat das natürlich historische Gründe, dass Menschen, die in Machtpositionen sind, also die an Konzernen vorstehen oder Diktatoren oder Autokraten sind, in der Welt, in der wir immer noch leben, eben in der Regel Männer sind. Aber es gibt auch darüber hinausgehend ein Bündel von Einstellungen und Verhaltensweisen, die man bei Männern häufiger findet als bei Frauen. Es gibt auch eine, die amerikanische Politikwissenschaftlerin Cara Daggett hat dafür den Begriff Petromaskulinität erfunden, also eine, und die wiederum nicht nur sie, sondern auch andere Kollegen aus der Psychologie haben also immer wieder mit Studien gezeigt, es gibt so ein Konglomerat, also die Haltung, marktradikale, sozialdarwinistische Einstellungen, ja, die Schwachen sind selber schuld, die sollen sich mal nicht so haben. Der Markt regelt alles. Das ist natürlich bei der Klimakrise offensichtlich nicht so. Die Vorstellung, man weiß mehr über das Thema Klima als andere. Und gleichzeitig glaubt man nicht, dass das alles so schlimm ist. Die Bereitschaft, rechtsradikale oder rechtsextreme Parteien zu wählen und oft auch natürlich dann damit einhergehen, so ein bisschen so frauenfeindliche oder frauenverachtende Einstellungen. Das ist so ein Bündel von Einstellungen und Eigenschaften, das man bei Männern häufiger findet. Also in den USA ist es zum Beispiel so, dass der Unterschied zwischen Männern und Frauen zu der Frage, ist die Klimakrise eine Bedrohung? Ist zehn Prozentpunkte. Also Männer sind sehr viel eher der Meinung, die Klimakrise ist eh kein Problem als Frauen. Und natürlich ist es auch in Europa so, dass rechtsradikale und rechtsextreme Parteien werden häufiger von Männern gewählt. Und fast alle rechtsradikalen und rechtsextremen Parteien sind auch Klimawandelleugnerparteien. In Deutschland ist es die AfD. Ich glaube, die FPÖ hat auch sehr seltsame Haltungen zu diesem Thema, die sich nicht so richtig mit der Wissenschaft zur Deckung bringen lassen. Das ist ein Muster, das sich im Prinzip sozusagen durch diese ganze Szene zieht. Und das ist eben auch wieder was, was bei Männern besser ankommt als bei Frauen. Und dann ist es natürlich auch so, also auch bei der Identitätskonstruktion des Mannes, wenn man so das Klischee jetzt mal bemühen will, dann spielt das Auto halt oft schon eine sehr zentrale Rolle. Es gibt Leute, die kleben sich irgendwie einen Greta-Schnuppe an meinem Auspuff-Aufkleber hinten aufs Auto und so weiter. Also der heulende Motor und die blubbernde Harley und so weiter. Das sind das Publikum von der Formel 1 und Motorsport. Das sind alles eher männlich dominierte Bereiche, wobei man Motorsport natürlich wunderbar mit Elektroautos betreiben kann. Das ist ja klar. Aber bislang ist das Ganze eben sehr stark assoziiert mit Verbrennungsmotoren. Und dadurch entsteht dieses Gesamtbild Petromaskulinität. Und also mein Lieblingsbeispiel ist Andrew Tate, dieser Kickboxer und Social-Media-Influencer, der mittlerweile in Rumänien im Gefängnis sitzt wegen Verdacht auf Vergewaltigung und Menschenhandel. Der irgendwann mal Greta Thunberg auf Twitter irgendwie anspricht und sagt, hier sind ein paar von meinen Sportwagen und ich kann dir gerne mal eine Liste schicken damit, was die alle so, wie viel die so verbrauchen. Also das Angeben mit dem eigenen fossilen Brennstoffverbrauch, das ist was, was eher Männer machen als Frauen. Und das ist gemeint mit Petromaskulinität. Aber gleichzeitig sind diese Männer, die die Welt verbrennen, des Titels sind natürlich auch sehr konkrete Leute wie Wladimir Putin, Wuppert Murdoch, Donald Trump, Mohammed bin Salman und so weiter. Also einerseits die Mächtigen, aber andererseits auch Männer aus der breiten Bevölkerung sozusagen. Und dieses Leermachen, der Verbrennungsmotor und alles, was damit irgendwie einhergeht, soll das Überlegenheit symbolisieren oder wie erklären Sie sich dieses Phänomen? Naja, also dass Männer die Tendenz haben, so mit Autos, nicht alle Männer, aber eine bestimmte Untergruppe oder bestimmte Untergruppen von Männern irgendwie mit Autos so balzgeheizt. Habe zum Beispiel zu demonstrieren. Das ist ein traditioneller Topos, also es geht irgendwie spätestens in den 50er Jahren wahrscheinlich los. Und zwar, also auch übrigens quer durch gesellschaftliche Schichten und auch in unterschiedlichen popkulturellen Kontexten. Also ob das jetzt der Rocker ist mit seiner Harley oder der Bursche vom Land mit seinem tiefer gelegten Opel Manta in den 80ern oder so. Und natürlich ist so dieses an der Ampel stehen und den Motor heulen lassen und solche Dinge, das sind halt Sachen oder mit dem Auto durch die Stadt cruisen und der irrigen Annahme sein, dass man damit irgendwie Frauen beeindrucken könnte und so weiter. Das sind halt Sachen, die machen Männer und Frauen eher weniger. Also das motorisierte Fahrzeug, der Lärm als Balz und Dominanzgehabe, das sind so die unangenehmen und dummen Seiten der Männlichkeit, muss man sagen, die sich da zeigen. Wir haben jetzt auf unserer Webseite auch einen Artikel über Petromaskulinität veröffentlicht, den ich auch allen gerne ans Herz legen möchte, die jetzt zuhören. Und da haben einige Userinnen und User in den Kommentaren dazu geschrieben, dass es sehr, sehr wohl auch Frauen gibt, die Autos richtig gut finden und die auch als Teil ihrer Identität sehen. Was würden Sie da erwidern? Ja, das ist selbstverständlich richtig. Also natürlich gibt es Frauen, die Autos als Teil ihrer Identität sehen. Genauso wie es sozusagen, das ist auch rechts wie links anschlussfähig. Also nur sind es halt andere Autos. Auf der linken ist es dann halt eher die Easy Rider, 70er Jahre, der ist die Harley, das zentrale Element dieses Films. Oder jetzt heutzutage der ausgebaute VW-Bus, der Vanlife und so, die entspannte Linke der Gegenwart. Und natürlich ist das Thema Vanlife auch bei Frauen beliebt. Aber natürlich gibt es auch Frauen, die gerne tiefer gelegte Autos mit breiten Reifen fahren und so weiter. Ich würde nur sagen, das ist nicht gleich verteilt innerhalb der Geschlechter. Damit, dass man sagt, es gibt auch im anderen Geschlecht Leute, die all das machen. Es gibt auch Frauen, die die Klimakrise leugnen. Und es gibt auch Politikerinnen, die da extrem unrühmliche Rollen spielen. Ja, also Alice Weidel in Deutschland von der AfD oder Sarah Wagenknecht, die aus Liebe zu Wladimir Putin jetzt auch am Verbrenner festhalten möchte und Wärmepumpen ablehnt. Also es ist überhaupt nicht so, dass Frauen dabei keine Rolle spielen, aber die Männer spielen einfach eine wesentlich größere Rolle. Und ich glaube, die männliche Identitätskonstruktion hängt sehr viel stärker mit Verbrennen und Krach zusammen als die weibliche. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Ich glaube, das kann man so sagen, ja. Gibt es denn noch Männerbilder abseits der Petromaskulinität? Naja, also es gibt natürlich eine Vielzahl unterschiedlicher Männerbilder, ist ja klar. Und es gibt Männer, die sich darüber identifizieren, dass sie wahnsinnig viel Fahrrad fahren. Und natürlich ist ja auch ganz lustig, also der Radsport zum Beispiel ist ja so im öffentlichen Bewusstsein auch eher eine Männer- als eine Frauendomäne. Aber dass diese unglaublich umweltfreundliche Art, sich fortzubewegen, auf internationalem Spitzenniveau irgendwie was zu tun haben könnte, damit das Radfahren an sich eigentlich eine ganz schlaue Art ist, sich fortzubewegen, diese Verknüpfung wird selten hergestellt. Es gibt natürlich auch Männer, die sich darüber definieren, dass sie die Klimakrise bekämpfen und vielleicht auf die Straße gehen oder sich politisch entsprechend engagieren und so weiter und so weiter. Das ist völlig klar. Also es gibt deutlich mehr männliche Identitätskonstruktionen jenseits der Petromaskulinität, würde ich sagen, die absolut gangbar sind. Und viele Männer sind natürlich auch Väter oder Großväter und lieben ihre Kinder und Enkel und möchten denen vielleicht auch gerne einen lebenswerten Planeten hinterlassen. Ich glaube, die mal ein bisschen stärker in den Vordergrund zu stellen, wäre keine schlechte Idee. Und eine Wissenschaftlerin, mit der ich gesprochen habe, die auch so an der Schnittstelle Klima und Geschlechter forscht, hat auch so einen ganz anderen, sehr interessanten Begriff ins Spiel gebracht und zwar die Eco-Modern-Maskulinity. Und damit sind so Typen wie Elon Musk oder Arnold Schwarzenegger gemeint. Und die befürworten einerseits erneuerbare Energien und setzen sich für Klimaschutz ein. Aber natürlich folgt das alles immer noch so einer Überlegenheitslogik. Was halten Sie denn von dem Begriff oder von diesem Männerbild überhaupt? Ist das quasi schon eine sehr versprochene Abkehr von der Petromaskulinität? Oder folgen Sie dieser Logik? Ja, also ich glaube, es besteht immer die Gefahr, dass man glaubt, wenn wir jetzt diese größte Krise der Menschheitsgeschichte irgendwie lösen, dann entweder schaffen wir das nur, indem wir alle anderen Probleme gleichzeitig auch noch lösen. Ja, also auch noch, ich weiß nicht, den Kapitalismus abschaffen und eine egalitäre Gesellschaft herstellen und das Patriarchat besiegen und so weiter. Oder wenn man sagt, man kann diese Probleme auch isoliert voneinander betrachten. Also Elon Musk zum Beispiel ist ja jemand, der extrem problematische politische Einstellungen hat und mittlerweile ganz offen echte Nazis hofiert auf seiner eingekauften Social Media Plattform X, ehemals Twitter. Und trotzdem hat er der Welt, glaube ich, einen großen Gefallen getan damit, dass er sozusagen das Elektroauto zu einem fast schon Massenprodukt mittlerweile gemacht hat, wo jetzt andere sozusagen nachziehen. Der hat schon mit dafür gesorgt, dass sich da Markt bewegt. Also das exponentielle Wachstum im Bereich Speichertechnologie, das wir jetzt mittlerweile haben, das hat was zu tun ursprünglich mit dem Siegeszug des Smartphones, aber jetzt dann eben auch mit einer Menge mit Tesla. Und ehrlich gesagt, ich glaube sogar, dass wir diese Marktlogik im Moment unbedingt brauchen, weil wir sonst unmöglich das Tempo hinkriegen werden, das wir brauchen, um die Lage vielleicht doch noch in den Griff zu kriegen. Also die wahnsinnig schnellen Veränderungen, die in ganz vielen Bereichen notwendig sind, die kriegt man eben, also eine bessere Methode ist bislang zumindest nicht erfunden, wenn man es richtig anstellt mit Marktmechanismen besonders gut hin. Und das sehen wir ja im Moment auch. Also wir haben exponentielles Wachstum im Bereich Erneuerbare, exponentielles Wachstum im Bereich Speicher, exponentielles Wachstum im Bereich Elektromobilität. Ja, das sind alles Ergebnisse von Marktmechanismen. Aber gleichzeitig ist diese Eco-Modernism-Bewegung im weiteren Sinne ist zum Teil durchaus problematisch, weil auch die ganz oft auf so Scheinlösungen setzt. Also da spielt zum Beispiel, es gibt eine ganze Reihe von, da in diesem Kontext prominenten Figuren, die immerzu über Atomkraft reden und tatsächlich erneuerbare Energien eher ablehnen. Also es ist ja, es geht sogar so weit, dass manchmal so ein bisschen erneuerbare Energien sind auch irgendwie so ein bisschen so weich und weiblich und schwach und so. Und so ein ordentliches Atomkraftwerk, mit dem man dann auch womöglich noch Material herstellen kann, aus dem man dann Atombomben macht, das ist was Richtiges. Diese Haltung gibt es durchaus. Das finde ich sehr problematisch, weil das wieder was ist, das hilft uns gar nicht im Augenblick. Ja, Atomkraftwerke sind sehr teuer, dauert wahnsinnig lange, sie zu bauen und so. Also da gibt es schwierige Unterströmungen. Der neue Mann war schon immer ein Mythos. Gesellschaftliche Zusammenhänge und auch Identitätskonstruktionen verändern sich eben nicht auf einen Schlag und nicht für alle gleichzeitig. Und es gibt viele unterschiedliche Varianten. Im Moment würde ich sagen, also ob jemand jetzt privat schon absolut erleuchtet ist, was Geschlechterrollen oder Gleichberechtigung oder so angeht, ist nicht notwendigerweise korreliert mit, ob der jetzt bereit ist, das Richtige zu tun, was das Klima angeht. Und ich glaube, das wird auch noch eine Zeit lang so bleiben. Spannend. Ich bedanke mich vielmals für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Frau Weid. Ja, und ich hoffe natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, hat dieser Podcast gefallen. Und wenn ihr Anregungen oder Kritik für uns habt, dann schreibt uns doch gerne ein E-Mail. Unsere E-Mail-Adresse ist zukunft.at.at. Wenn ihr den Podcast mögt, dann gebt uns doch bitte gerne eine super Bewertung. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne über ein Abo tun oder indem ihr Standard-Supporterinnen und Supporter werdet. Alle Informationen dazu findet ihr auf abo.derstandard.at. Nächste Woche gibt es dann wieder eine Folge Edition Zukunft Klimafragen. Ich bin Lisa Breit und ich bedanke mich bei dem Podcast-Team für die Produktion dieser Folge. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder zuhört. Bis bald! Ich bin Lisa Breit. Untertitelung des ZDF, 2020